Die Idee der Ausstellung kommt spontan. Ich habe eine E-Mail bekommen von dem Deutsch-Russischen Forum mit der Ausschreibung, dass man ein Projekt, ein gerne Projekt fördern möchte, ein Kulturprojekt, in dem ein Teil von Deutschland nach Russland gebracht wird. Dann habe ich gedacht, das wäre aber eine sehr gute Idee, wenn wir eine Kinderbuchausstellung machen. Das ist Kultur, weil die Bücher widerspiegeln eine Kultur des Landes und Kultur der Landsleute. Deswegen bin ich zur Idee gekommen, diese Kinderausstellung in deutschen Kinderbüchern in Russland zu präsentieren. Wir haben nicht gedacht, dass wir das Projekt gewinnen, weil es waren 70 Bewerber für diese Ausstellung, für diese Förderung. Nun war unser Projekt doch der Beste und dann haben wir eine Finanzierung bekommen und letztendlich ist unser Projekt jetzt im Rahmen des Deutschlandsjahres in Russland.